So, da bin ich auch schon wieder zurück mit der nächsten Info, ihr seht schon, ich habe wieder mal einen schönen Ladebildschirm geschenkt bekommen, beziehungsweise als Belohnung erhalten, das ist halt das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, wir bekommen jetzt im Crew-Paket jeden Dienstag irgendwas von Epic Games, aber derzeit würde ich schon fast behaupten, sind es halt immer Ladebildschirme, die halt irgendwie auf die Season zu kreisen, also die halt was mit der Season zu tun haben, sagen wir mal so. Also, ich bin hier nur gerade überlegen, was kann man denn hier großartig sehen, wir gucken uns das Ganze nochmal in groß an, sag, spinnt, dann haben wir es hier, also ganz genau kann ich mit dem Bild nicht wirklich was anfangen, wenn das hier ein Skin sein soll, ja, Prost Mahlzeit, ach, das ist der Mesh, ne, das ist ihr Skin nur als Mesh und die hat den Kopf, aber ich sehe hier gefühlt immer noch ein Gesicht, ich sehe hier wie so eine Ente, keine Ahnung, sieht irgendwie ganz, ganz seltsam aus. Aber mal gucken, was uns erwartet, wird auf jeden Fall wieder was mit der Season zu tun haben, also Kuschelbeauftragte wird definitiv wieder in den Job kommen, würde ich mal so behaupten. Und in dem Sinne, wie gesagt, nur kleine Info, denn wir bekommen halt jede Woche einen Ladebildschirm anscheinend jetzt, ob es jetzt nächste Woche wieder was anderes ist, kann ich nicht genau sagen, da sind auch irgendwie gefühlt keinerlei richtigen Informationen bekannt. Und in dem Sinne, gucke ich für euch weiter, es kommt nämlich noch so einiges und in dem Sinne, haut rein.